Hallo, hier bin ich zum Fototermin. Darum tragen auch alle ein Halsband, bis auf die Kleine hier. Das ist Mutter Katniss mit ihren Mädels Kaloudis und Scheido. Hallo Scheido. Hallo. Und das sind die drei Geschwister, die super schüssig waren, als sie ankamen. Jetzt sind sie, ich sag mal, schüchtern. Hat sich also ganz erheblich verbessert. Das sind die beiden Brüder hier. Das ist der Cabello. Ne, das ist, weiß auch egal, links ist Scalvino und rechts ist Calbello. Und die graue, das ist die Mariella. Also, die muss man sich zwar noch fangen, also die kommen zwar schon an, man kann sie auch streicheln, aber hochheben zum Beispiel. Da versuchen sie sich zu entziehen und da muss man sie noch fangen. Dann wird ein bisschen gebrüllt, Pipi gemacht, aber dann war's das auch. Ja, beißen tut da keiner. Ja, Mama Katniss ist also fast die kleinste hier. Nach ihr. Ach Quatsch, nach ihr. Du bist ja gar nicht so klein. Du bist ganz klein. Ja, und du hast ganz spitze Zähne. Das hat den dreien auf jeden Fall total gut getan, dass hier diese kleine Familie noch dazu gezogen ist. Na, die halt total entspannt ist. Total anhänglich. Das ist halt Putzi-Putz, na, totale kleine Putzi-Putz. Du bist auch ein Putzi-Putz, ganz liebes Mädchen, na, die Katniss. Ja, ganz süß, ganz süß. Hallo. Hallo. Hallo, Jungs. Guck doch mal ganz dramatisch. 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 So süß, allesamt.